Da hat jetzt Chang das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Hier ist der Ernst der Lage bewusst, Captain. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie in Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich pass auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Peg. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Racker. Alles klar. Ich glaube, das hatten wir aber schon. Springe ich das jetzt einfach mal? Das hatten wir nämlich schon. Wir saßen ja hier schon im Panzer. Oder? Ja, bis hierhin habe ich es geschafft. Glaube ich. So war das. Wurde denn? Uah! Dich treffe ich noch. Geh weg! Alter! Treffe ich aber auch ganz schön. Sehr schön. Weg ist er. Uah! Alter! Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Scheiße, 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 ich muss raus. Uah! Schnell, 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 schnell. Uah! Scheiße. Alter, geht das hier gerade ab. Und da sind wir auch schon wieder in Battlefield 4. Alter, Flynnne. Uah! Uah! Alter! Alter! Alter, der geht nicht weg. Gibt's nicht. Alter, wie soll ich denn noch drauf schießen? Jetzt aber. Alter, nein! Immer noch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Alter! Jetzt hat es funktioniert. Das hat aber auch gedauert. So. Die Armbrust. Was ist das, wenn wir in der Luft exkludieren? Die Deckung wird ausschalten. Ja, genau. Ja, ich nehme mal die Armbrust wieder mit. Alter, das war auch gerade heftig. Was ist das denn? Aha. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Waffenkiste, bleiben wir dabei. Witz, wo walt ihr denn hin? Müssen wir nicht nach da hinten? Jetzt sieht's gleich mit unserem Panzer aus. Warte mal. Der ist da noch gut in den Schuss. Ah, da ist noch einer. Wo? Da, vorne ist da einer. Hä? Was? Von hinten? Wie? Wo? Warum? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. So, da vorne ist er doch. Habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen hier links rum. Oh, das ist schick. Oder? Müssen wir hier lang? Da oben ist doch noch einer. Ah, ich kann auch so machen. Ah, der ist doch praktisch. Geh weg. Nicht getroffen? Sehr schön getroffen. Oh, shit. Der hat mich dann auch getroffen, natürlich. Und sehr schön. Weg ist er. Guten Abend, meine Lieben. Da oben sind ein paar. Ein paar viele. Ein paar wirklich sehr, sehr viele. Wow, Alter. Der ist weg. Ich fahre einfach so lange weiter, wie ich es kann. Schätze ich mal am besten. Nur jetzt, glaube ich... Alter, da ist... Sehr schön, da habe ich noch einen getroffen, gerade. Könnte ich mal die Zerka-Zer am Fuß greifen oder so. Muss ich jetzt haben. Oder auch keine Ahnung. Wow. Wer geht's da? Kein weiterer Feind zu sehen. Alles klar, weiter geht's. Yahoo, Yahoo, gibt's gleich wieder. Wo ist hier noch welche? Hallöchen. Die Zer 21 wurde freigespielt. Sehr gut. Wow. Sehr schön. Noch jemand da? Nein, gut. Alles klar, runter jetzt hier. Müssen wir jetzt weiter? Hallöchen, wo müssen wir weiter? Ja. Ach so. Ach so. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Das ist aber nirgendwo weg. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen bessere Kraft. Die Wolken brechen auf. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Er war sich des Risikos bewohnt. Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich hab kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lübnern. Jetzt hört auf. Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Fuck. Komm, Irish. Alles easy. Nicht den Halt definiert. Das finde ich immer noch am besten. Ja, ja, mach dich. Natürlich behältest du sie im Auge. Hallo? Nicht den Halt definiert. Super. Seht das Beste. Beste Dialog. Bisschen nachladen jetzt hier. Sehr schön. Los, jetzt kommen wir nicht lang an. Wo ist es, Alter? Hallo? Was? Alter? Ging jetzt hier ab? Ähm. Wird ein bisschen stürmisch hier. Fangen wir denn jetzt hier weiter? Aber hinten sind da. Und jetzt kommen Sie. Da sind noch welche. Okay. Aber die kriegen wir weg. Sollte kein Problem sein. Boah. Da, du, da vorne. Okay, schieße. Nachladen. Sehr schön. Feuer einstellen. Feuer einstellen. Gute Chance. Feuer einstellen. Feuer einstellen. Machen wir. Wo müssen wir weiter? Hier geradeaus, oder? Sehr schön. Ich laufe einfach dem mal hinterher. Hier können wir doch drüber, oder? Ja, easy. Alter. Alter, Alter. Alter. Alter, Leute. Na, los, schiebt. Alter, ich bekomme kaum Luft. Die Handbremse. Drei. Ein. Da stand drei, zwei, eins, aber egal. Alter. Was ist das für ein scheiß Sturm hier? Ja, los, holt mich raus. Sonst ist es hier. Es ist hier gleich das verdammte Spiel vorbei. Alter, wieso kommt ein Schiff hier drauf zu? Was? Alter, war knapp bei euch. Oh, ich bin frei. Und ganz gut. Nicht in Heil definiert. Oh, schön. Schön. Finde ich super. Shit. Jetzt kommen wir wieder raus. Müssen wir nach oben schwimmen. Oh, noch schwimmen. Schwimme. Schwimme nach oben. Durch Pflanzchen hindurch. Durch die Wasserdecke. Und da sind wir schon wieder draußen. Boah, danke. Das scheiß Wasser war arschkalt. Mann, okay. Du steil in der Saut-Niner. Shit. Festerlau. Ich war dann. Wo denn? Was wollen wir? Zwei Gegner. Weiter weg. Sehr schön. Ich weiß. Ich hab's ja drauf. Was erwartest du denn? Kennst du's doch nicht anders von mir. Hallöchen. Darf man eintreten? Alter, rein mit euch. Boah, ist aber auch schon Sturm draußen hier. Ich bin ein bisschen nass. Bin ich nicht so schön? Sehr schön. Müssen wir hier nicht nach rechts? Ey, was hast du denn gegen Hannah? Okay. Ja. Möchen. Boah, Hannah, Alter. Headshot hier. Ja. Hey, Wrecker, verschwinden wir aus der Kanalisation. Das war mein Plan. Aber wie? Muss ich das Schloss aufschließen oder was? Ja, keine Ahnung. Wie geh ich jetzt nicht raus? Hä? Ist ein Seil? Tut mir leid, aber ich muss das fragen, Hannah. Ich hab in Shanghai ein Straßenentdeck. Esst hier Tauben? Ja. Wir essen sogar ziemlich viele Fügel. Ah. Ja. Vor allem Enten und Wachteln. Aber Tauben? Was sind die Ratten der Lüfte? Hast du schon mal gehört, dass jemand Tauben ist? Nicht die Tauben, wie wir sie in Amerika haben, du Trottel. In der Highschool hatte ich ein paar Freunde aus Afrika. Und bei denen hab ich mal Taube gegessen. Schmeckt sogar ziemlich gut. Fast wie Hühnchen. Hast Taube gegessen? Ja, hab ich. Tja, sieh dir das an. Ihr habt mehr gemeinsam als wir dachten. Ihr esst beide Tauben. Ent? Ja, ihr und eure Tauben, Alter. Ich hab hier grad richtig andere Probleme. Taube. Ja, ich bin eine Taube. Taube. Hören wir mal die beiden mit, so. Ja, Waffenlager hier mitten in der Kanalisation ist total logisch. Ich nicht. Bin ja da. Warte, die haben wir uns noch nicht gesehen oder so? Ich weiß es nicht. Alter, 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 Alter. Wow, ich werd hier hart getroffen. Alter, Alter. Oh, shit. Das war doch zu viel. Mein Güter, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so viele kommen. Ich dachte, es sind nur die zwei. Ich könnte auch mich vorbeischleichen, oder? Ah, ich weiß nicht, ob ich die ausschalten soll. Äh, ich bin da ein bisschen überfragt gerade. Aber mach ich jetzt einfach. YOLO. Bam! Sehr schön. Na, ihr beiden. Kommt runter. Achtung, fast brennt. Da oben rechts ist nur einer. Da sind zwei. Ja, 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 ja. Nicht ein Halt definiert, kommt gleich wieder. Genauso wie Yahoo, Yahoo sollte auch da stehen. Wo ist das? Ah, ich habe keinen getroffen gerade. Hallo. Wollen das alle? Alter, wie viele sind hier denn? Siehst du? Ja, ja, hu, ja, hu. Ja, ja, ist klar. Alter, ich weiß hier gar nicht, was ich sagen soll. Los, wo ist einer? Komm her, da oben ist noch einer, oder? Ich auch, ich auch, ich habe auch welche. Wow, lad nach. So, so, und so. Ja, wie viele kommen denn dann rein? So. So, weg damit. Alle weg? Alles klar, ich glaube, wir müssen hier oben lang, oder? Schätze ich mal. Ich gehe einfach mal hier oben lang. Jo, sind wir. Kommt ihr? Ach, wie lahm sie hier einfach nur sind. Ähm. Typ kann ich noch nicht aufmachen. Ja, Irish kann das natürlich. Ich nicht. So, jetzt nehmen wir uns hier mal ein bisschen mit. Scout Elite. Und hier nehmen wir uns mit. Oder? Machen wir uns mal die M320 mit. Alter. Alter. Weg damit. Sind ein paar Leute. Ich glaube, ein Sniper war hier doch gerade nicht so richtig. Äh, 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 äh. Nimm die mit, so. Sehr schön. Sehr schön, den ist weg. Alter, ich werde hier hart getroffen. Ich mache jetzt einfach alles mit dem Granatenwerfer. Das ist glaube ich am besten. Alter, wo sind sie denn noch welche? Da oben sind, unten sind welche. Alter, alter, alter. Warte mal. Ich mache das doch kurz mal hier mit. So. Äh, 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 äh. Sehr schön. So macht man das heutzutage. Okay. Ich wechsle wieder. Äh, vielleicht ist das auch nicht so schlecht. Nehmen wir mal hier so mit. So. Das, ey, das war doch gerade nicht. Ska, ha, ey, das gibt es auch nicht so. Genau. Sehr gut. Sind da jetzt noch welche? Da unten sind noch welche. Hallo. Okay. Da unten sind noch welche. Wenn ihr das sagt, sagt ihr das so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kann das halt. Und wie wir diesen Hangar noch stürmen werden, das erfahrt wir in der nächsten Folge. Denn ich habe schon wieder 20 Minuten aufgenommen. Und ich mache ja meistens eh so 20 Minuten Folgen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Battlefield 4. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr über alles Bescheid wissen wollt, abonniert mich. Wenn es euch auch noch gefallen hat, schreibt es nicht nur in die Kommentare, sondern drückt auch auf den Like-Button. Kann ich es noch besser sehen. Und ich verabschiede mich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.